Guten Abend, meine Damen und Herren zur Olympischen Nacht hier auf Sport 1, der Audi Star Talk mit tollen Gästen. Ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, rund 10% der Medaillen, die Deutschland in London gewonnen hat, sind heute hier in der Sendung. Und dazu freue ich mich, mit einer echten Leichtathletik-Legende das Ganze etwas einordnen zu können. Wir freuen uns sehr nachher in dieser Sendung auf die Doppel-Olympiasiegerin. Auf Heike Drechsler, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf einen Mann, der in London ein bisschen Pech hatte, 2 cm haben gefehlt. Trotzdem kommt auch er mit einem großen Erfolg in diesem Jahr zu uns. Er ist frischgebackener Europameister und es gibt keinen in Europa, der weiterspringt als er. Herzlich willkommen, Sebastian Bayer. Und, liebe Zuschauer, beginnen wollen wir die Sendung mit drei frisch gewonnenen Medaillen aus London. Drei tolle Athleten. Der eine saß im Deutschlandachter. Ein grandioses Finish gegen die Engländer. Gold für Deutschland. Der zweite hat Gold in Peking gewonnen. Auch dieses Jahr in London war er großartig in Form. Silber also im Judo und Doppelsilber im Turnen. Wir freuen uns auf Philipp Adamski, auf Marcel Nuyen und auf Ole Bischof. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Kommt zu mir kurz hierher, dass wir uns hinstellen. Philipp, vielleicht du auf meine rechte Seite, bitte. Ne, bleibt noch hier. Moment, ganz kurz. Stehen. Wir wollen euch ja einmal so richtig schön auch mit euren Medaillen sehen. Das ist ja wirklich ganz, ganz wundervoll. Kann man so ein bisschen was zu den Medaillen sagen? So eine Goldmedaille? Ja, die sind ganz schön schwer. Ganz schön schwer. Ganz schön schwer, wenn man zu viele davon tragen muss. Aber, hast du schon mal reingebissen? Macht man ja? Nein, nein, nein. Soll ich also die Länge halten. Und bei dir eine ist von Peking, die Gäule? Die werden größer. Die werden richtig größer. Und ich bin gespannt auf 2016. Dann sind es wahrscheinlich solche Dinge. Aber man läuft nur noch mit dem krummen Rücken rum. Und Marcel, für dich war es, glaube ich, ganz besonders begeisternd. Weil ich habe mal die Geschichte gehört, du wolltest eigentlich gar nicht. Nach Olympias zu deinem Trainer vor dem letzten Trainingslag gesagt, ach, lass mich in Ruhe. Ich habe da sowieso keine Chance. Ne, ach, war es also so schlimm war es nicht. Ist klar, also bei jedem, jeder Sportler kennt es, gibt es mal Tage, wo man nicht so gut drauf ist und am liebsten alles an den Nagel hängen will. Aber im Endeffekt bleibt man natürlich dran, ist klar. Wie ist denn euer Leben jetzt so in den letzten Tagen? Ist es ein einziger Rausch, Marcel? Ja, klar, also ein paar Termine sind auf jeden Fall da. Und man fährt von Ort zu Ort und so, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und gestern sind ja einige unserer Helden, ich glaube ein paar von euch waren auch mit an Bord mit der MS Deutschland, also mit dem Traumschiff zurückgekommen nach Deutschland. Großer triumphaler Empfang in Hamburg. Wir waren natürlich auch dabei. Alexander Schulz. Deutschland feiert seine Olympiahelden. Gestern haben 10.000 in Hamburg die Ankunft der MS Deutschland ausgiebig bejubelt. Für alle Beteiligten eine überwältigende Willkommensparty. Hier so Empfang zu werden, das war der absolute Wahnsinn. Ich hatte wirklich eine Gänsehaut nach der anderen. Ab lang Chinesisch standen die Leute draußen und mit Fahnen gewedelt, gejubelt. Die Hotels waren voll und ich saß da vorne auf dem Schiff, hatte echt Gänsehaut. Man merkt jetzt hier die Anerkennung der Deutschen, der Fans. Das ist einfach die beste Belohnung, die es gibt. Belohnt wurden sie bereits am Montag. Die zwei Beachvolleyball-Helden Jonas Reckermann und Julius Brink und ihr grandiose Empfang in Köln. Das ist natürlich überwältigend, geht genau da weiter. Wir dachten, wir kommen jetzt mal nach Hause und haben ein bisschen Ruhe. Wir sind ja nicht gekauft, die Leute hier alle, glaube ich, sondern die sind wirklich hier unseren Wegen. Und ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. So langsam kann ich mich dran gewöhnen. Als erstes europäisches Beachvolleyball-Duo überhaupt Gold bei den Olympischen Spielen. Historisch. Es ist schon nach wie vor ein Traum, aber so allmählich glauben wir wirklich dran. Durch ihre Sonderparty haben sie das hier aber verpasst. Die MS Deutschland Traumschiff war gestern, Partyboot ist heute. 36 Stunden Überfahrt, 36 Stunden Feiern pur. Es waren super, super Abende. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten. Die jungen Leute, die haben ein bisschen mehr Gas gegeben. Es war irre, irre, irre. Also die ganze Stimmung an Bord war unglaublich. Ein grandioses Fest, das die Athleten wirklich verdient haben, weil sie eine tolle Mannschaft waren. Es war einfach cool. Die Nächte waren zwar nicht allzu lang, aber nichtsdestotrotz, wir hatten einfach unseren Spaß und es war schön. Mit olympischen Ringen unter den Augen ging es dann von Bord. Und die Vorfreude auf Olympia 2016 in Rio ist riesengroß. Natürlich auf den Kampf um die nächsten Medaillen und natürlich auf die nächste große Traumschiff-Party. Denn diese Überfahrt würde rund 14 Tage dauern. Applaus für unsere Olympia-Heldin. Was war eigentlich härter, Ole? Der sportliche Wettkampf oder die anderthalb Tage an Bord des Traumschiffs? Ja, das waren ja nicht nur eineinhalb Tage. Also ich habe ziemlich am Anfang der Olympischen Spiele gleich meinen Wettkampf gehabt und dann zwei Wochen Freizeit. Also ich wurde ja gezwungen. Zwei Wochen durchgezogen. Ja, mit ein, zwei Tagen Ausnahme. Ja, sehr schön. Philipp, bei Ihnen habe ich gehört, oder bei dir, ich glaube wir können alle du sagen, wir sind ja unter Sportlern. Ich habe bei dir gehört, du wärst sogar ein bisschen auffällig geworden. Ich, ich bestimme nicht. Also wir wollen mal deinen Kollegen, den Schlagmann Christoph Wilke hören, ja, wie er das so gesehen hat. Ich glaube, er ist auch im Pool gelandet noch gestern. Ein paar Bruderer wurden noch im Pool geschmissen. Und ich glaube, er war auch dabei. Und er hat auch, glaube ich, wenig Stimme. Ich weiß nicht, ob er dann im Studio noch reden kann. Werden wir sehen. Er muss sich jetzt noch erholen, die Tage, glaube ich. War es so schlimm? Ja, schon. Ich hatte schon schlimmerte Tage. Er war extra noch beim Arzt auf dem Schiff, um die Stimme wieder fit machen zu lassen für die Sendung heute. Finde ich wunderbar. Wir haben noch ein paar schöne Poolbilder. Marcel, du bist ja schon ein bisschen früher abgeflogen. Einen Tag, wenn du so die Bilder siehst, wäre auch was für dich gewesen. Ja klar, also so sieht es erstmal nicht schlecht aus, die Party, klar. Aber bei dir war es so, du hattest dann auch irgendwie das Bedürfnis, wieder nach Hause zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man die ganze Zeit sieht, wie ich jetzt weg war mit der Vorbereitung zusammen, das waren jetzt sechseinhalb Wochen, wo ich auch nicht zu Hause war. Und klar, dann wurde mir angeboten, du kannst früher fahren, wenn du willst. Dann habe ich gesagt, ja, komm. Waren es vielleicht auch sechseinhalb Wochen, die dein Leben vielleicht ein Stück weit verändert haben? Ich habe zum Beispiel gehört, du hattest vor den Spielen 20.000 Likes. Also, gefällt mir sozusagen auf Facebook, jetzt sind es über 200.000. Ja klar, das ist schon sehr krass, was da passiert ist auf jeden Fall. Also, nach meiner ersten Silbermedaille habe ich so geguckt, okay, jetzt sind wir jetzt schon bei 80.000, dann habe ich von Minute zu Minute immer gleich mal 300 Likes mehr. Also, das war schon sehr krass. Krass, ja, wir haben, glaube ich, sogar Bilder von deiner Seite. Du warst vorher schon mal Europameister, aber trotzdem ist das natürlich, was du auch jetzt sportlich erreicht hast, wir werden nachher nochmal ausführlich darüber sprechen, aber schon außergewöhnlich. Nach 76 Jahren wieder eine Mehrkampfmedaille für Deutschland. Es gibt eigentlich, es leben kaum noch Leute, die sich daran erinnern können, dass einer mal eine Mehrkampfmedaille gewonnen hat. Ja klar, also das wusste ich ja im Vorfeld auch nicht. Da habe ich ja nur auf meinen Wettkampf konzentriert. Und ja, ich habe es dann erfahren von den Reportern nach meinem Wettkampf in der Mixtun, da wo man die Interviews gibt, so gleich, wow, cool, erster Turner hier, seit was weiß ich wann. Und klar, macht den auf jeden Fall ein bisschen stolz und ja, super. Philipp, ist denn inzwischen bei dir die Erkenntnis angekommen, ich glaube, das dauert ein bisschen, oder? Ja, ich glaube es gar nicht, ich bin Olympiasieger. Ja, die Erkenntnis ist schon da, aber was es wirklich bedeutet, so nach 24 Jahren, dass der Deutschlandachter wieder ganz vorne ist, das, ja, noch nicht ganz. So ein bisschen wie Fußball-Weltmeister eigentlich, ne? Also das ist das Größte, was man erreichen kann in der Schweiz. Bestimmt, also die Fußballer warten jetzt auch 20, äh, 18 Jahre, ne Quatsch, wie viele? 90, 22 Jahre, 20 Jahre, WM-Titel. Und, ähm, ja, ich weiß es noch nicht, ich lasse mich noch übertaschen. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt wollen wir euch natürlich alle auch ein bisschen näher kennenlernen, wir haben für jeden von euch auch einen schönen Film vorbereitet und wollen natürlich gerne mit unserem Judo-Aus anfangen. Ole Bischof, meine Damen und Herren. Und, Ole Bischof ist nicht nur ein großer Sportler, sondern auch ein großer Sportsmann. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass er in Korea kurz vor der Heiligsprechung steht. Die Medien sind dort total voll. Äh, man muss vielleicht die Konstellation kurz erklären. Du hast zwei olympische Finals gekämpft. Äh, in Peking hast du gegen den Koreaner gewonnen, gegen den du jetzt verloren hast. Und der war wohl so berührt, als er jetzt endlich gewonnen hat. Ist er dir wohl um den Hals gefallen. Dann hast du seinen Arm hochgenommen und dafür wirst du in Korea, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, im Moment gefeiert. Ja, die Reaktion sind... Wir finden das übrigens auch toll. Das muss ich sagen. Also das ist sehr großartiger Sportgeist. Ja. Also ich hätte natürlich lieber gewonnen. Das ist ja klar. Aber es ist schon so, ich habe vor vier Jahren gegen ihn gewonnen und er war damals eben noch ganz frisch, ganz jung dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man in Korea nach Hause kommt, irgendwie bei uns, da ist man Vize-Olympiasieger, alle sagen, Kim oder J-Boom ist sein Vorname, J-Boom, hast du gut gemacht, toll, aber wer hat denn gewonnen? Und dann wirst du vier Jahre lang gefragt, ja, gegen wen hast du gewonnen, gegen wen hast du gewonnen, gegen wen hast du gewonnen. Und ja, ich weiß einfach, wie stark er trainiert hat, wie gut er trainiert hat. Ich habe auch stark und gut trainiert, aber diesmal hat er eben den, die besseren Ansatz gemacht und die besseren Wertungen erzielt. Und ich denke, er hat es einfach verdient. Ja, und dann kam er auf mich zu, nach dem, ja, nach dem für ihn gewonnenen Finale. Und ja, das war ein ganz inniger, ein ganz persönlicher Moment, weil ich einfach weiß, weil ich eben vier Jahre davor den Moment schon hatte, was in mir vorgeht und das ist ein guter Champion, das ist ein wahrer Champion. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich finde, das sind eben genau die Momente, die Olympia ausmachen, meine Damen und Herren. Du hast gerade schon gesagt, vor vier Jahren warst du der Goldjunge. Und dann erlebt man ja, das ist ja auch ganz interessant jetzt vielleicht für euch, wenn man bei Olympia Medaillen abräumt, was dann plötzlich auch auf einen zukommt. Wir haben zum Beispiel ein Foto mit dir und der Kanzlerin vorbereitet. Also man lernt Angela Merkel kennen. Inwiefern hatte denn der Olympiasieg auch auf dein Leben Einfluss in den letzten vier Jahren, kann man das sagen? Ganz arg, ganz arg. Also ich habe ja wirklich da nicht nur ein, zwei Jahre darauf hintrainiert, sondern wirklich mein ganzes Leben darauf hintrainiert. Und wir haben vorher die Partybilder gesehen. Das muss man jetzt schon in Relation sehen, weil wir haben natürlich unser ganzes Leben für trainiert. Und dann darf man auch mal fünfe gerade sein lassen und sich freuen und feiern. Aber dann ist wirklich der eine Tag da und dann holt man eine Medaille ab oder eine Goldmedaille und dann öffnen sich auf einmal Türen. Durch die durften wir eben davor nicht durchgehen. Und das ist, also mein Leben hat es total verändert, richtig verändert und zwar zum Positiven. Das freut mich sehr. Vielleicht wollen wir an der Stelle auch Heike Drexler schon mal mit einmelden, die natürlich bestens weiß, was jetzt auf alle diejenigen zukommt. Frau Drexler, Sie leben jetzt schon viele Jahre natürlich mit dem Ruhm, eine leichtathletische Legende zu sein, zweimal Olympiasiegerin gewesen zu sein im Weitsprung. Auf was dürfen sich die Herrschaften einrichten, vor allem die, die ganz frischen Olympiaruhm haben? Ja, ich denke Olympia, wenn man bei Olympischen Spielen eine Medaille gemacht hat, das zählt das ganze Leben lang. Man ist, wenn man natürlich Gold gewinnt, immer Olympiasieger, und die Medaillen zählen genauso. Das ist halt das Highlight einfach eines fast jeden Sportlers und zumindest jetzt von den Sommersportarten, die bei den Olympischen Spielen dabei sind. Also, das ganze Leben lang. Freut euch. Freut euch. Das wird schön, was da alles auf euch zukommt. Ole, vielleicht eine Sache noch. Sie sind ja jemand, oder du bist jemand, der im Sport jetzt nicht so gewohnt ist, häufig Niederlagen einzustecken. Aber im Fernsehen glaube ich schon. Es gab doch die Geschichte, du bist bei Stefan Raab angetreten. Da ist doch noch eine Revanche offen, oder? Ja, ich bin bei vielen verschiedenen Sachen angetreten, aber das mit Stefan Raab war einfach das Ding. Ich hatte mich da vor Olympiastand für geworben. Schlag den Raab hast du mitgebracht? Bei Schlag den Raab, genau. Ich war samstags abends in der Sendung und die gucken halt auch viele. Und dann gab es das Duell und ich konnte die ersten zwei Spiele auch noch gut gewinnen und danach lief gar nichts mehr zusammen. Und das ist dann so ärgerlich, weil man denkt, hey, ich bin auch ein Sportler und auf einmal musste dann irgendwie Monster Truck fahren und Tischtennis spielen und Kirschkern-Waldspucken machen. Und der ist ja schon verdammt ausgebufft. Und dann steht man da und am Tag später, oder auch die Woche später, kommen Leute zu einem hin und sagen, du, aber hier, Kirschkern-Waldspucken, das kann ich aber bessern, denkt man sich auch immer. Jetzt werde ich darauf reduziert, das ist hart. Naja, wir haben ja kein Judo gegeneinander gemacht. Ja, das stimmt. Das wäre übrigens mein Angebot. Geboxt hat er ja schon. Judo fehlt noch in der Palette. Wenn wir gerade über Judo reden, was heißt, glaube ich, übersetzt der sanfte Weg, was so sanft, sieht es ja nicht immer aus, wenn man guckt. Ich denke mal so ans Halbfinale gegen den Ami. Also das war alles andere als sanft. Da ging es ordentlich zur Sache. Was ist denn aus deiner Sicht so die Faszination von Judo? Warum lohnt es sich, diesen Sport zu beginnen? Also Judo ist Zweikampf. Ja, es ist wirklich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Und das ist eben das Kräftemessen. Man kann sich auch nicht verstecken. Ja, also Mannschaftssport hat ganz andere Reize und Vorteile. Da ist man mit der Mannschaft zusammen und kann zusammen was Großes schaffen. Im Einzelsport geht das eben nicht, sondern man ist ganz allein auf der Matte und kann zeigen, was man drauf hat. Ja. Und das ist einfach auch ehrlich. Ja, das ist eine ehrliche Sportart. Und bei mir hat sich die Motivation verändert. Am Anfang fand ich es toll, rumzutoben und wie man eingangs schon gehört hat, ran und zu raufen. Als kleines Kind. Und dann auf einmal hat man Bauchmuskeln bekommen. Fand ich ganz toll. Und ja, am Schluss stand der Olympiasiv. So, und eine Sache, aber muss ich unbedingt noch erwähnen. Wir haben ja mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt so eine Besonderheit beim Jude. Da habe ich auch zu meinem hingeguckt, was wirklich da steht. Sie dürfen nicht duschen am Wettkampftag. Da muss es ja ganz schön müffeln in der Halle. Das finde ich jetzt ganz toll, dass ich das hier richtig stellen darf. Das ist ein Stück geil. Nee, es hat ein Journalist nämlich hingeschrieben, ja, unser Körper würde dann morgens zu viel Wasser ziehen. Also wir müssen natürlich unser Gewicht bringen. Und wenn ich dann davor dusche, dann wege ich 500 Gramm mehr. Und naja, dann habe ich das richtig gestellt und habe es auch dem Presserat gemeldet. Er hat daraufhin bei mir angerufen und sich ganz arg entschuldigt, aber... Also du duschst vorher. Ja, ich dusche vorher. Und das finde ich schon und das ist natürlich schon in der Verantwortung auch korrekt zu berichten. Ja. Und eines wollen wir uns natürlich gerne noch angucken, weil du gerade gesagt hast, man trainiert, um dann auch schöne Bauchmuskeln zu bekommen. Wie schön die Bauchmuskeln von Ole Bischof sind, die wollen wir Ihnen jetzt mal auf einem Foto zeigen. Guck dir das an. Ja, ich kenne das Foto. Das ist auch mein Körper. Das ist kein Double. Ja, Ole, einen schönen Körper bekommt man natürlich auch, wenn man turnt. Marcel, wir haben mal auf deine Homepage geguckt. Das sind ja auch ganz schicke Bilder. Wollste Applaus, Herrschaften. Ich muss sagen, gerade beim Turnen sieht es echt extrem aus, oder? Was die für Muskelpakete haben. Fett. Also kein Fett. Ja, wenig, wenig. Ja, sehr wenig. Wie, machst du sonst irgendwie Krafttraining oder so? Ist das wirklich nur Turnen? Ja, das ist eigentlich, ja, 90 Prozent nur, dass wir mit unseren Körpern machen. Wir machen, wenn wir Krafttraining machen, machen wir spezifische Übungen. Das bedeutet so, an unseren Geräten auch, an den Ring beispielsweise oder am Waren. Und ja, in Krafttraum gehe ich eigentlich nie. Maximal vielleicht mal am Anfang des Jahres, weil man ein bisschen wieder fit werden muss von den ganzen Weihnachtsfeiern und allem Möglichen. Aber an sich gehe ich nicht in Krafttraum. Jetzt wollen wir dich auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Marcel Nguyen. Marcel. Ich muss ehrlich sagen, wenn man im Fernsehen und wirklich im Fernsehen sich das anguckt, da stolpert einem manchmal der Atem. Das ist unglaublich akrobatisch, was ihr da beim Turnen abliefert. Du hast ein Tattoo, das hat man gerade auch noch mal auf dem Foto gesehen. Da steht, Pain is temporary, Pride is forever. Also, der Schmerz vergeht, aber der Ruhm, ich finde es nur so frei besetzt, der Ruhm bleibt für immer. Jetzt ist es soweit. Das Tattoo habe ich jetzt seit ein paar Monaten, habe mir das lange überlegt, wollte schon länger mal ein Tattoo haben und dann fand ich den Spruch cool, den kenne ich auch schon eine Weile und habe mir gedacht, ja, das passt ganz gut und jetzt im Endeffekt passt es natürlich noch besser. Ja, passt perfekt. Was hat denn die Mama zu dem Tattoo gesagt? Die Mama spielt ja eine wichtige Rolle, was ich so gelesen habe. Ja, zuerst meinte sie so, als ich das erzählt habe, ja, ich will ein Tattoo machen, ja, mach es nicht so groß, weil vielleicht, ja, und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich will es hier rum machen, ach Gott, aber jetzt, mittlerweile hat sie sich dann gewöhnt, finde es auch ganz in Ordnung. Ja, und die Mama ist ja jemand gewesen, der dich immer ganz besonders unterstützt hat in deiner Karriere. Über Mutter-Kind-Turn bist du sozusagen eigentlich erst dazugekommen und sie konnte ja das nicht in der Halle mitverfolgen, sondern hat dich, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, erst dann im Deutschen Haus zum ersten Mal gesehen. Also, kann man das mal beschreiben, wie das ist, wenn man sich, wenn man so lange auch gemeinsam ja auf so einen Moment hinarbeitet, man sieht sich dann zum ersten Mal? Ja, klar, also das war überragend natürlich. Ich habe sie vorher gesehen gehabt, sie war beim Teamfinale dabei, da ist es leider nicht so gut für uns gelaufen. Dann habe ich mich mit ihr schon getroffen gehabt, also ich wusste ja, dass sie da ist. Für das Mehrkampffinale hatte sie leider keine Karten mehr bekommen und naja, ich habe mich natürlich gefreut, sie zu sehen, wollte so schnell wie möglich zu meiner Familie ins Deutsche Haus und ja, war ein super Moment auf jeden Fall. Und die ist jetzt ganz besonders stolz, Deine Mutter hatte doch bestimmt, ich meine, das gilt ja für euch alle als Sportler, aber natürlich hatte auch deine Familie, und hattest auch du, nehme ich mal an, viele Entbehrungen. Also, wer so einen Körper hat wie du, der ist nicht oft bei McDonalds, oder? Ja, offiziell nicht, aber gelegentlich. Es gibt noch eine ganz besonders bewegende Geschichte und zwar war Samuel Koch, der ja diesen schrecklichen Unfall hatte bei Wetten, dass vor Ort hat sich die Turner auch live angeguckt und auch Ronny Ziesmer war da, ein Turner, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, meine Damen und Herren, der einen schweren Unfall hatte bei einem Sprung, der sich dabei die Halswirbelsäule gebrochen hat und der eben auch jetzt schwer behindert ist und trotzdem auch er wollte seine Freundin nochmal unterstützen. Was das vielleicht auch für Marcel und seine Mannschaftskameraden bedeutet hat, darüber sprechen wir nach nur ein Werbespot.